Adjektive Hallo zusammen! Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Adjektive. Erstmal werde ich euch erklären, was Adjektive überhaupt sind und woran man sie erkennt. Adjektive sagen aus, wie etwas aussieht oder ist. Zum Beispiel, Tims T-Shirt ist blau oder Tim ist glücklich. Man erkennt Adjektive daran, dass man sie steigern kann. Mila ist groß. Tim ist größer. Und Tims Vater ist am größten. Für die erste Steigerung hängt man an das Adjektiv er dran, größer. Bei der zweiten Steigerung kommt vor das Adjektiv am und an das Adjektiv die Endung st-e-n. Aber da wir bei dem Adjektiv groß schon ein scharfes haben, wird das S nicht mehr benötigt. Am größten. Stoppe jetzt das Video und steigere das Adjektiv toll. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr jetzt toll, toller, am tollsten raus haben. Es gibt auch Adjektive, die unregelmäßig gesteigert werden. Diese muss man auswendig lernen. Dazu gehören Mit Hilfe von Adjektiven kann man auch Dinge miteinander vergleichen. Wenn zwei Dinge ungleich sind, benutzt man die erste Steigerung und als. Tim ist größer als Mila, aber Tim ist kleiner als sein Vater. Wenn zwei Dinge gleich sind, benutzt man die Grundform und wie. Mila ist gleich schnell wie Tim. Adjektive können zwischen einem Artikel und einem Nomen stehen. Tim hat ein blaues T-Shirt. Fassen wir noch einmal zusammen. Adjektive sagen aus, wie etwas aussieht oder ist. Adjektive erkennt man daran, dass man sie steigern kann. Adjektive schreibt man immer klein. Adjektive helfen Dinge miteinander zu vergleichen. Mit als und wie. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, das Thema besser zu verstehen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bye!